Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games und es geht weiter mit die Sims 4. Wir haben uns unser eigenes, ja, kleines Büro hier gebaut oder auch Spielzimmer. So, das Ding ist hier noch ein bisschen frei, kann es aber eigentlich auch bleiben. Heute ist ja Wochenende, ne, ist Wochenende und wir möchten heute ein gesellschaftliches Ereignis planen. Mal gucken, was wir dann planen können. So, Programmieren üben ist jetzt gut. Wir arbeiten ja als, äh, als was nochmal? Live-Chat irgendwie? Ja, keine Ahnung. So, okay. Also, wir können ein Galaabend, keine Hochzeit, eine Geburtstagsparty. Kannst du nur einmal im Jahr? Ne, kann ich nur diese Aktivität? Galaabend essen auch nicht. Äh, ich mach nochmal ne, äh, ich mach nochmal ne, äh, Prestige-Veranstaltung zu den, äh, 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 gehört ein neues Elektro... Oh, ja. So, Gastgeber, das ist, das bin ich. So, natürlich, äh, ich lad mal jetzt alle hier ein. Summer natürlich, meine Freundin auch. Auch Alex, mit dem wir uns als letztes gestritten haben. Nancy, ich hab das Gefühl, die, äh, äh, ja, die ist auf irgendwas aus. So, okay. Haben wir einen Entertainer? Ne, kann ich nicht als Entertainer durchgehen? Cater, auch nicht. Mixer, nein. Okay. So, wähle einen Ort. Ne, ich will schon hier feiern, bei mir. So. Wir machen natürlich hier Musik. Lautstärke ändern, schön. Nein, ist schon hoch. Nächstes Lied vielleicht so. Kommen wir hier hin. So, wir sollten uns vielleicht umziehen, ja. Das sollten wir vielleicht machen. So, vielleicht sollten wir unseren Sim mal umziehen gerade. Ja. Denn heute ist unsere Host-Party, das heißt, da sollten wir vielleicht ein bisschen cooleres Outfit wählen. Tattoos? Nein. Vorgefertigte Looks? Äh, nein. So, vielleicht, ähm, ein bisschen was Elegantes. Ist jetzt ein Smoking? Nein, ist ein bisschen langweich. Vielleicht, das auch. Das sieht auch komisch aus. Das auch. Vielleicht so ein Sakko, ja. So ein Blau ist, ne. Aber... Das bitte weg. Kann man das nicht weg? Danke. Okay. Vielleicht mal... ... anderer Bartstyle heute? Äh, nein. Bleiben dabei. Aber vielleicht eine coole Sonnenbrille. Ich wollte gerade cool sein, aber cool sehen irgendwie alle nicht aus, habe ich das Gefühl. Nein. Keine Sonnenbrille, auch kein Ohrring. Make-up, auch nicht. Nein, danke. Vielleicht sollten wir uns unsere Haare mal ein bisschen umstylen. Nein, meiner. Oder? Ja, vielleicht doch, doch. Das gefällt mir schon. So, wir ändern die... ...Tops. Kombination, wie sieht es denn da aus? Overalls, nein. Okay, alles klar. Ah, mhm. Ich brauche eine Hose wahrscheinlich. Oh, eine weiße. Oh ja, wir bleiben so. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber naja. Der rote Schuh eher nicht. Oh nee, wir sehen voll aus wie so ein Eimer. Gefällt mir gar nicht. Nee, tut mir leid. Müssen wir nochmal alles ändern. Alles nochmal hier über Bord werfen. Nee, das gefällt mir auch nicht. Haha. Vorbei, das hat mir eigentlich schon gefallen. Aber... ...das Hemd gefällt mir da drunter nicht. Nee, dann wechseln wir ja wieder alles. Hier gibt es auch vorgefertigte Lux. Dürfener? Hahaha. Ah, ja, doch. Das können wir doch mal nehmen. Ich finde, das passt doch ganz gut. Die Schuhe. Oh ja. Ich finde, das sieht doch gut aus. Das können wir doch so nehmen, finde ich. Damit sind wir doch der perfekte Gastgeber. Und wahrscheinlich wird sich auch Summer freuen. Den ersten Kuss, den hatten wir schon. Aber heute, da möchte ich mich mal um meine anderen Gäste auch kümmern. Ich hoffe, das gibt keine Probleme. So, hier plaudern. Vielleicht... Hallo, hallo, hallo. Outfit ändern. Das hier bitte. Ich habe dir extra ein Outfit gemacht. Das sollst du auch bitte ändern. Na, die Hausparty läuft doch ganz gut. Okay, das muss aber weg hier. Du machst dir doch jetzt keinen Salat, oder? Cooler Hausparty, muss ich sagen. Ja, ja, geht schon mal gut ab hier. So trinken. Kannst du nicht was trinken? Nö. Was macht der denn da? Da räumt jetzt alles drauf. Sims gleichzeitig Musik machen lassen. Ich habe keine Ahnung, was unser Sim hier macht. Runde bilden. Runde bilden. Wer ist denn schon da? Runde bilden. Ja. Zwar bilden wir jetzt. Runde. Mit dem hier. Und Dominic. Oh, Summer ist da. Was ist denn los? Und ist auf einmal so... Ja, komm. Flirten. Wir haben wieder nur Augen für Summer, ne? Seht ihr? Mal kurz ein Screenshot hier. Wir kümmern uns natürlich wieder nur um Summer. Selbstverständlich. Oh, die gehört doch jemand. Da müssen auch neue... Maga Fruitsch. Warba Quest. Esenoy. Wollen wir mal aufmachen? So, danach... Und vielleicht hier mit Alex Tanzen. Jade Tanzen. Ro-Tanz. Und Ro-Tanz. So wie sieht es hier mit dir aus? Sofie Tanzen. Die Party ist voll im Gange. Flirten will ich aber eigentlich nur mit Summer hier. Der macht Liegestütze eiskalt. Und der trainiert hier hinten. Und die sind hier hinten. Vielleicht reden wir mal mit denen. Mit Zoe Tanzen. So, mit euch habe ich keinen Nuss mehr zu plaudern. Hier läuft es aber ganz gut. Unwohl. Keine Power mehr. Hier sitzen wir und plaudern vielleicht. Oh, so fühlt sich nicht so gut. Echt mal sanft küssen. Damit ihr euch nicht so schlecht fühlt. Na, ist doch schon besser. Wir müssen endlich hier auch noch mal flirten. Verständlich. Hier flirten. Das bleibt ja richtig gut hier auf der Hausparty. Geht ja echt viel ab, muss ich sagen. Die nächste Hausparty hier ist schon ein Erfolg. Ich habe keine Lust auf Marina. Marina möchte immer plaudern. Ich habe keine Lust. Die Hausparty ist hier noch. Mal gucken, was es hier zu besprechen gibt. Du grüß dich. So. Auch schon. Wie ist das? Wie ist das? Ist das? Ist das Marina? Was kann ich da mit dem hier rein? Einheizen. Das läuft ganz gut, muss ich sagen. Sama kümmert sich um die anderen Gäste. Ja. Das läuft. Das läuft Leute. So. Nicht mehr lange. Wir fühlen uns nicht so gut. Deswegen. Dann kümmern wir uns hier noch um Don. Nein. Wir müssen noch mit jemandem. Bock haben wir doch. Bock? 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 Wir haben schon viele kennengelernt. Was ist denn das? Bizarre. Bella. Willkommen, Duncan. Vielleicht. Ja. Wir haben unser Hauptziel erreicht. Wir haben zwölf neue Kontakte geknüpft. Das ist doch super. Und gleich ist unsere Party vorbei. Leute. Und auch das heutige Video. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Lasst doch einen Kommentar da. Was wir denn noch so machen können. Vielleicht eine Reise irgendwo hin. Schreibt es doch in die Kommentare. Was können wir hier noch an unserem Haus verbessern. Oder vielleicht mit Summer. Sollen wir sie heiraten? Oder nicht? Schreibt es doch in die Kommentare Leute. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da mal gleich reinschreibt. Und danke, dass ihr das Video geschaut habt. Und jetzt ist so langsam gleich die Party vorbei. So hier ist eine Sauer. Aber das sieht doch alles ganz ganz gut aus. So. Hausparty abgeschlossen. Naja. Zumindest war es eine. Als Röder findest du ein benutztes Buch im G. So schlecht. Na ja gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Macht's gut Leute. Und wir legen uns dann schlafen. Ich hoffe ihr hattet Spaß Leute. Es geht alles hier ein bisschen schneller. So. Du kannst dich ein bisschen hinlegen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Leute. Wenn es dir gefallen hat. Bis zum Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschaui.